Servus liebe Trader, die Gaming-Stocks, die sind seit dem Microsoft-Deal, der gerade erst angekündigt wurde, im absoluten Bullen-Modus, können sich dem schwachen Tech-Sektor entgegenstemmen. Microsoft will ja Activision Blizzard für 68,7 Milliarden Dollar kaufen, sofern die Behörden jetzt auch zustimmen. Die Aktie reagiert natürlich mit einem gewaltigen Upgap und beflügelt, wie gesagt, die restliche Peergroup. Microsoft, das war ganz interessant, hat dabei auch gesagt, wir verstärken jetzt nicht nur unsere PC-Konsolen und Mobile-Gaming-Segmente, sondern wir haben damit auch wichtigen Content für den Aufbau des Metaverse. Dort wird es besonders wichtig sein, Content, also Inhalte für die virtuellen Welten bereitstellen zu können und Gaming ist dabei ein ganz wesentlicher Faktor. Das führt jetzt natürlich dazu, dass einerseits die Gaming-Stocks wieder mehr gespielt werden, aber warum ist das so? Die Übernahme-Fantasie nimmt schlagartig zu, wenn wirklich derart hohe Summen bezahlt werden, dann könnten auch andere Big-Tags zuschlagen und andere Gaming-Stocks entsprechend auch aufkaufen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Heute soll es darum gehen, wie finde ich überhaupt spannende Aktien aus diesem Bereich und wir stellen euch auf Traderfox.com, unserem Trading-Desk, hier auch schon kostenlose Kurslisten zur Verfügung. In der Kategorie im Rampenlicht, da heben wir jede Woche 10 Trends hervor, die aktuell aus irgendeinem Grund im Blick behalten werden sollten. Einerseits haben wir hier Virtual Reality und Metaverse, also das passt hier auch ganz gut, sind auch viele Gaming-Stocks mit drinnen schon. Wenn man aber gezielt jetzt nach den Gaming-Aktien suchen möchte, dann kann man das hier auch bei den Anlagetrends machen und findet dann hier nochmal unter der Spalte Gaming, ich mache es mal hier kurz auf, E-Sports oder Gaming. Und da haben wir eigentlich alle wichtigen Spieleentwickler drinnen, vom europäischen Markt, vom US-Markt bis hin nach Asien und können hier relativ rasch nachsehen, wo gibt es denn große Gewinner aktuell. Microsoft, wenn der Deal durchgeht, wird ja schlagartig der drittgrößte Spielehersteller nach Sony und Tencent. Aber wir sehen zum Beispiel auch eine Ubisoft, die ja zuletzt wirklich sehr stark unter die Rede gekommen ist, springt seit diesem Deal wieder an, könnte auch gewissermaßen ein sehr günstiges Schnäppchen sein nach dem Rücksetzer, um relativ rasch Content zu gewinnen, ist vom Hoch ja auch über 50% zuletzt wieder zurückgekommen und jetzt seit drei Tagen eine klar ersichtliche Outperformance, eine Aktie, die man hier auch immer wieder für kurze Konsolidierungen, Breakouts, also für neue Long-Manöver im Blick behalten sollte. Ganz klassische Konkurrenten von Activision sind natürlich auch Electronic Arts oder Take-Two Interactive. Da habe ich bei beiden, sage ich gleich dazu, auch kleine Long-Positionen aktuell laufen. Auch hier sehen wir bei EA wieder ein Upgap nach dem Deal. Spannend finde ich die Aktie vor allem deswegen, weil es hier zeitnah auch den Big Picture Breakout geben könnte. Also hier warten wir auch in unserem Realgelddepot in der Kategorie Tech & Growth darauf, müssen noch ein wenig Geduld beweisen. Aber hier spricht auch einiges dafür, dass es zeitnah dazu kommen könnte. Einerseits, EA ist ja vor allem bekannt für seine Sporttitel, hat zum Beispiel die Fußball-Simulation FIFA, hat mit FIFA 22 zuletzt auch wieder einen Rekordstart verkünden können. Und es geht auch immer mehr in Richtung Live-Services, also In-Game-Verkäufe. Ich kaufe im Spiel Währung für Echtgeld, ich kann Level freischalten oder eben bei FIFA Spielerkarten hinzukaufen. Zwei Drittel des Umsatzes werden da schon generiert damit, also gar nicht mehr eigentlich mit dem direkten Spieleverkauf. Und deswegen dürfte FIFA auch hier weiterhin ein Wachstumstreiber bleiben. Was hier auch zum Rücksetzer zuletzt geführt hat, das war die Enttäuschung vom neuen Battlefield 2042. Aber vor allem auch im Mobile-Gaming-Bereich, der sehr vielversprechend ist und laut NewSoo von etwa 180 Milliarden Dollar im letzten Jahr auf 219 Milliarden bis 2024 anwachsen könnte. Da hat sich EA im letzten Jahr auch mit den Übernahmen von Glue Mobile oder Playdamic auch schon entsprechend aufgestellt und könnte jetzt gewissermaßen auch von der Konsolenknappheit profitieren. Immerhin gibt es die PlayStation 5 zum Beispiel seit über einem Jahr, die Regale sind immer noch leer. Entsprechend spielen die Verbraucher mehr auf den Smartphones und Tablets. Und EA hat ja auch im letzten Jahr angekündigt, die Mobile-Gaming-Umsätze bis 2023 auch verdoppeln zu wollen. Also spannender Titel, den wir auch regelmäßig in unseren Live-Trading-Sektionen besprechen. Take-Two Interactive haben wir dort gestern auch ausführlich angesehen. Den Tech-Sektor gestern auch wieder unter Druck. Indizes haben wieder im Bereich der Tagestiefs geschlossen. Was macht Take-Two Interactive? Sie steigen um 8%. Rücksetzer hier zuletzt durch die Übernahme von Singer. Ein führender Mobile-Gaming-Anbieter passt eigentlich genau wie auch bei EA gerade angesprochen. Gut, die Story. Und Singer bringt auch gleichzeitig ein bisschen Metaverse und NFT-Fantasie mit. Es geht hier darum, dass man künftig plattformübergreifend für die Spiele diese NFTs, also die nicht vervielfältigbaren digitalen Assets, für die Spiele anbieten möchte. Das liefert zusätzliche Wachstumsfantasie. Take-Two Interactive hat auch ein wenig zu kämpfen gehabt. Enttäuschende Releases bei Grand Theft Auto. Aber auch jetzt scheint da wieder ein wenig Schwung reinzukommen. Und spannend sind die Aktien auch aufgrund der Bewertung. Wenn wir uns zum Beispiel eine EA ansehen, da liegt das KGV, wenn ich die Infobox mal kurz aufmache, noch für dieses Jahr bei unter 20 sogar. Angesichts der Wachstumsaussichten ist das sehr attraktiv. Und allein deswegen sollte man diese Aktien jetzt auch vermehrt im Blick behalten. Wie gesagt, ihr habt hier eine breite Auswahl zur Verfügung. Könnt hier die spannendsten Aktien durchklicken und einfach mal nachsehen, wo gibt es denn überhaupt neue Trading-Kandidaten. Wenn Branchen geschlossen stark sind und relative Stärke zeigen, sollten sie ohnehin beobachtet werden. Gerade am US-Markt wird das meist belohnt. Und wenn wir euch mit den spannendsten Titeln, mit den Stories dahinter auch versorgen sollen, machen wir das sehr gerne. Da könnt ihr euch zum Beispiel das Strategien-Abo sichern. Verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung das Angebot. Einfach auf Traderfox.de auf den Bestellen-Reiter klicken. Dann bei Add-ons findet ihr Traderfox-Strategien und mitunter auch die Rubrik Tech & Growth. Da reden wir natürlich genau über solche Aktien, genauso wie auch bei Megatrends, Anlagetrends und Zukunftstrends. Wenn wirklich Branchen geschlossen stark nach oben ziehen, auch da gab es jetzt ein umfassendes Update zur Übernahme von Activision durch Microsoft. Ich kann es auch mal kurz noch herzeigen. Wir haben auch gerade erst bei Tech & Growth gestern über Take-Two Interactive ausführlich gesprochen. Da haben wir die Story nochmal umfassend aufgeschlüsselt. Wo liegen die aktuellen Risiken, wo liegen die Chancen und warum könnte die Aktie jetzt auch hier zeitnah wieder ans Allzeithoch heranlaufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen, schaut euch das Ganze in Ruhe an und dann natürlich viel Erfolg mit euren Trades.